So, als wären es immer mehr. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Grafisch sieht es echt jetzt geil aus, gerade, finde ich. Das liegt einfach daran, dass ich gerade... Weiß ich nicht, dass es einfach so ist. So, der Letzte, bitte. Was war der Letzte? Ein Walron, ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Ich lauf doch schon. Ach du Scheiß, die Wand da, ne. Aber erstmal kurz hier ein bisschen gucken, ne. Er kommt näher. Also beeilen wir uns doch nochmal ein bisschen. Geile Sache, ey. Okay. Also, das heißt, wir müssen mal wieder was finden. Also erstmal Gimli. Gimli, Gimli. Eigentlich können wir es so machen. Das geht ein bisschen schneller. Aber, ach egal, komm. Gut, schon mal da unten das Fertigbauen. Sehr schön. Gucken wir mal, was gibt es hier noch drin? Ein Hebel. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Woran? Hä? Pippin kann mit seinem Eimer Wasser. Ja, ja, ist schon klar. Aber wo soll ich denn? Da oben? Nein. Ach komm, scheiß, der Hund war's drauf. Pippin, Pippin, Pippin. Äh, ach, das ist so normal. Mary, Pippin. Genau, macht das Ding alle hier. Oh, fuck. Sehr schön. Und jetzt mit dem Gandalf? Kann auch irgendwas. Ah. Das Zahnrad da oben dran machen. Alter. Was soll das denn? Ah, gut. Okay, jetzt nochmal kurz einmal. Ja. Aber woran denn? Ach komm, übernehme du mal kurz. Hä? Irgendwas muss hier noch gemacht werden. Ist auf jeden Fall. Na, das ist immer... Aber wir gucken nochmal kurz hier. Ach. Nee, nee, Gandalf ist schon richtig. Hier irgendwas? Nee. Hier ist nichts. Gehen wir mal nach da unten. Vielleicht ist hier irgendwas. Er probt. Das ist Laterne. Hä? Scheiß. Die Wand an, ey. Was muss ich denn machen noch? Ist auch wieder nichts. Was soll ich? Hä? Alter, wollen die mich verarschen? Hä? Rafe ich nicht jetzt gerade? Also, das ist mir jetzt ein bisschen... Müssen wir einfach mal überall gucken. Da ist irgendwo was. Aber sowas kann ich nicht kaputt machen. Vorher hier irgendwo? Hä? Alter, bin ich jetzt voll Banane oder was? Auf jeden Fall, das können wir auch nicht. Irgendwie oder irgendwo muss doch das komische Ding. Brauchen wir einfach nur jetzt schieben. Ja, ist klar, ey. Okay. So schaut's aus. Ach, mein Gott, ey. Ich suche mir hier einen Wolf. Schnell rein. Bevor man wieder das Ding bekommt. Ja, einer muss von euch laufen. Dann läuft. Ah! Speichern natürlich und fortfahren. Ganz schnell nach unten. Ah, warte mal. So. Und dann... Nach da unten. Alter, vater, vater, vater. Warte, nein, 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 nein. Äh, müssen wir kurz nochmal... ...Legolas auswählen. Hast du Lust denn? Hä? Wo muss ich denn hin? Feuern. Gimli, okay. Ah! Okay. Nein! Ah! Sam, ich brauch dich. Das wusste ich ja natürlich jetzt nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt scheiß drauf, aber ich muss den lieben Sam haben, um da Feuer zu machen. Zündel, 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 zündel. Zündel, zündel. Ah, sehr schön. Ach, weißt du was? Mir ist doch scheißegal, was mit mir hier passiert. Gut, jetzt brauchen wir Legolas noch mal. Legolas, du musst einmal für uns schießen. Sehr schön, jetzt geht's weiter. Ab nach unten. Das war eine geile Stelle im Kino. Die war so richtig geil. Jetzt noch immer eigentlich. Aber im Kino, das war wirklich... Oh, jetzt kommt bestimmt ein Endkampf vor, irgendwie sowas. Geile Sache, ey. Du kannst nicht vorbei. Flieh, ihr Narren. Flieh, ihr Narren. Nein! Äh, um Schlatter zu fallen. Boah, alter, alter. Das ist ja geil, ey. Jetzt komm, 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 komm. Den nimmst du dir, den nimmst du dir, den nimmst du dir. Sehr schön. Was muss ich jetzt drücken? X. Genau, voll die Fresse zerhacken, ey. Das ist ja hammergeil. Quite so. Und jetzt. Das ist so fett, ey. Mir ist das schwer. Das hört sich geil an. Boah, ist das geil, ey. Jetzt nochmal auf die Fresse. Auf die Fresse. Und wieder X. Ah, ich hab dich gleich. Oh. Ach so, okay, okay. Einfach nur draufkloppen. Und wieder noch. Zack. Schnetzel, 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 Schnetzel. So, und B natürlich. Den Todesstoß. Sehr schön. Und wieder hinterher. Es ist hammergeil, ey. Das Geräusche ist, das ist hammer. Es ist genauso das gleiche Geräusch, also nicht gleich, sondern, was ich auch so geil finde, von Battlefield 4 oder auch Teil 3. Also im Trailerende, das... Ah, ich heiße das mit den Kombos, ey. Und jetzt wieder Kloppel, Kloppel, Kloppel. Ach, weiter Kloppel. Scheiß der Hund, was drauf. Einfach weiter drauf, netzeln. Und immer weiter. Jetzt aber. Und den letzten Todesstoß gleich geben. Und... Und... Uuuuuh. Coole Sache. Das hat doch mal Bad gemacht, ne? Ab nach oben. Frodo kann mit seinem leuchtenden Fuel-Dunkelgebiet... Ah. Ah, ha, ha. Witzig. Leider ist in den Sachen hier kaum was drin, ey. Oh, Legolas. Du bist bereit. Nein! Ach, fick dich doch ins Knie, ey. Okay, versuchen wir nochmal. Jetzt erst. Kann er hochspringen. Vorher ging das ja nicht, ist ja ganz klar. Oh, hier muss ich auch irgendwas machen. Ach so, ein Leiter für meine Kumpanen. Die sind nicht so leichtfüßig wie ich. Sehr schön. Was soll das jetzt gewesen? Ähm, gebracht haben? Nix. Okay. Ich weiß gar nicht, warte mal. Ah, hätte ja sein können, aber warum helfen die mir denn nicht? Schade. Okay. Gimli, 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 Gimli. So. Natürlich. Erstmal nochmal einmal kurz einen hinterhergeben. Und schlägt draußen. Wir haben es geschafft. Diese Anstrengung ist nun vorbei. Wir können einfach nicht mehr. Trauer macht sich in unserer Runde breit. Nicht nur Gandalf hat einen Fall im Arsch. Ach, Gandalf sah ja schon. Aragorn. Wir müssen die Wälder Lord Lorians erreichen. Frodo! Ich geh. Ich bleib. Minen von Moria. Level abgeschlossen. Freispiel, freigeschaltet. Sehr schön. Oh, wen haben wir denn jetzt? Das wissen wir normalerweise. Kein freigeschaltet. Ist aber schade. Das ist auch wirklich arm. Aber egal, komm.